Lass mich doch auch mal so zwei, dreimal im Jahr muss ich mal ein Whisky trinken, chill. Ansonsten trinke ich auch nie. What the fuck? Mach den Whisky schon wieder das nächste, du wirst. Chilli! 1.996 dreht völlig ab und verschenkt 10 Subs. Fettes Danke für diesen krassen Geform. Chilli! Wir haben den besten Spawn. Ja, äh, cool. Wir sind fürs Ressort nicht ausgerüstet. Uff. Wir müssen noch eine Schlüsselübergabe machen. Uff. Chilli! Danke für weitere 10 Gifte Subs, für insgesamt 30 Gifte Subs heute. Chilli! Ich bin schon wieder im Arsch, Leute, ist schon wieder so weit. It's Unterstrich Vizit ShieldX1000. Betsi! Digga, man. Danke für 1000 Bits. Vielen lieben Dank, Betsi. Also, wo bist du jetzt, Kevin? Mach mal nicht kaputt, heute. Ich glaube, ich hab jetzt gerade ins Resort rein. Ich wollte dir neulich ein bisschen was wiedergeben. Alles gut. Ja, nee. Viel lieben Dank. Ich komm hinterher einfach. Ja, hey, ich bin schon eingelaufen. Ich bin einfach nur stumpf die Hidden Stashes abgerannt. Das hat sich richtig gelohnt. Also, es war ein Wichtiges. Interstrich Vizit ShieldX1000. Ja. Oh, nice. jetzt hinter dir kannst du schmeißen ich bin oben im dritten berichten kannst du mir gleich geben ich laufe noch mal hier rüber am zweiten ich bin 306 ist drin ok ich komm hoch wir haben 221 jetzt jemand vielen lieben dank für weitere 1000 bits leute was geht denn heute schon wieder ab hier mit euch vielen lieben dank für uns fort vielen vielen dank war der war der hinten beim helikopter zwei spieler drei spieler drei spieler hinten drei spieler hinten beim helikopter die kommen rüber ja ich komme zu dir wenn sie nicht wegknallen erinnern ist das so ein habe ich ein habe ich hier kommt noch einer bist du das ich komme jetzt raus ich komme raus haben wir sie alle sind ganove chat haben wir noch mal ein rein hier der ist jetzt extra für dich michael 1996 dreht völlig ab und verschenkt ein 100 für diesen krassen support bist du bescheuert ich bin oben 205 ich bewege mich nicht also bis jetzt nicht auf nene mach alles weg ich bin 205 ich komme ich komme wieder zurück welche treppe welche treppe ich bin fertig ich komme von unten ganz hinten bei 220 ich bin jetzt da ich war das ich war das ich mache ich mache ich mache gleich gleich gerade konzentration es war so schön 80 schießt mann womit habe ich das verdient chili ich kann heute mit den echt die tränen augen er hat ja heute 130 selbst verknallt 130 alter ich bin fertig richtig fertig danke für 100 bits mann weros unterstrich tv leute ich muss mal ganz kurz einmal afk ganz ganz kurz ich weiß nicht wie ich mich bedanken soll leute ich weiß gar nicht wie überhaupt für alles bei euch bedanken soll was ihr für mich und meinen kanal tut das ist das schwede leute vielen lieben dank in 2799 5.000 alex man danke für 5.000 alex danke für 5.000 alex ich wollte nur einen gemütlichen mischer trinken heute am schiefe mir ab du leute leute vielen lieben dank alex 5.000 bitz 5000 bitz ihr seid bekloppt leute 906 aber alles 11000 wahnsinn leute leute höre mal ein bisschen auf ich muss mit hell jetzt nur spielen sonst sind sie überhaupt nichts mehr zu gebrauchen chill ey danke für weitere 1000 bits leute mir stehen schon wieder alles in den augen hier Ey, seid doch bekloppt, Mann. Ey, echt. Beros, nochmal. Beros, Mann, danke. Für 100 Bits. Für 5 Bits, Leute, vielen lieben Dank, ey. Ich brauch Taschentücher, aber gleich bald. Nachher kommt mal eine bessere Hälfte nach Hause. Völliglich hier heulen in der Ecke und sie fragt, was ist los? Boah, Leute, viel, vielen lieben Dank. Sebi, Mann, Moin. Äh, ey. Oh, what the fuck? Sebi, es läuft gut bei mir. Haut mal ein Shoutout für Sebi rein, Leute. Gizmo, hi. Hey, bro. Das Team up. Ihr seid doch wahnsinnig, ey. Kai, Mann. 5.555 Bits. Gar nicht. Alter, womit habe ich das verdient, ey. Ich mach doch gar nichts. Hey, liebes, hast du jetzt alles bekommen? Oh, feuer ist er. Oh, Gott. Kai, Mann. Dankeschön für 5. Oh, Leute, ey. Okay, hey, du das kriegst. Ja, hey, ihr habt mich verdächtig gemacht. Mal, dass das reicht. Kai, Mann. Oh, Mann, viel, viel lieben Dank. Ehren alle, viel, viel lieben Dank für diesen. Ey, das ist nicht normal. Das ist echt nicht normal. Ohne Scheiße, Mann. Oh, Gott, danke. 107. Cool. Der finde ich einen Schlüssel. Also, du kannst alles, alles behalten, was du willst. Mir ist es... Ich würde es am liebsten sagen, hey, chill, chill einmal. Ich würde es am liebsten sagen, hey, ich kann nicht mehr. Ich würde es am liebsten sagen, hey, ich würde es am liebsten sagen, hey, ich würde es Alice, sollen wir gleich den Notarzt rufen oder erst später? Was denn? Sollen wir gleich den Notarzt rufen oder erst später? Alter, Späte. Oh, komm, wo willst du hin? Ich bin jetzt gerade diesen Hidden Stash, an dem eigentlich nicht mehr so viel Willen. Alter, Späte, ey. Und dann, keine Ahnung, was, mal tanke, damit ich mir einen Scaff erwische oder sowas auf 40 Meter. Hm. Wie gesagt, einen Scaff geht auf 40 Meter, brauche ich. Dann nachher, oder ist es egal. Ja, lass uns... Also, ich gehe weiter Richtung Willen oben. Vielleicht sehe ich da schon einen Scaff oder so. Alter, ich könnte heulen, Leute, mir kommen die Tränen schon wieder hoch, ey. Ich musste eben echt abbrechen. Nö, nix Neues. Wenn wir dann chill abgehen. Konzentration war weg. I decide to get you all night. Ey, ihm geht's nicht gut. Achille1996 dreht völlig ab und verschenkt 10 Satz. Du hast es herausgeforder. Fettes Danke für diesen krassen Support. Einmal dich. Ich hab's bisbekommen. Du, meine Herren, das war denn der letzte Stream in diesem Jahr? Ich gehe da mal, ne? Alter, chill, Mann. Danke für 10 Gifted Subs, ey. Chill, danke. Vielen lieben Dank. Danke für deinen weiteren Support. Erik, ich sag Erik zu dir. Siehst du, was hier abgeht? Boah, Wetschi. Washi-TV dreht völlig ab und verschenkt 5 Satz. Und Alex, wieder her. Danke für diesen krassen Support. Alter, Alex wieder mit 3000. Wetschi. Du bist. Keine. Jetzt unterstieg Wetschi ShootX 100. Keil! Alexander Helix 2799 ShootX 3000. Keil, das ist geil, ey. Keil, das ist geil. Keil. Keil, das ist geil. Keil, das ist geil. R3 ist 4R, abonniert den Rider. jetzt hätte dann 25.000 bis abzeichen leute warte mal warte mal warte mal mit chef an ja ja ich komme nicht mehr hat sich erledigt ich will jetzt vollzeit streamer oder was ich will ein tausend neunhundert sechsund neunzig dreht völlig ab und verschenkt ja deswegen sind wir hier leute danke für dein zack mein lieber viel vielen dank für dein abo mit sparen leute wir haben gerade über 600 abs drinne hier insgesamt ihr seid bekloppt ich will ein tausend neunhundert sechsundneunzig dreht völlig ab und verschenkt 50 abs fettes danke für diesen krassen support jetzt ist er weg wir haben die kaputt gemacht hallo 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 feh hallo k klein r ск oh hallo ak Stroh HA likelihood hop k all hallo wave auf ach 290 dreht völlig ab und verschenkt 50 subs Die ist ja nicht ganz dicht, Alter Ja, die wird auch mal gegönnt, Digga Die muss gegönnt werden, weißt du doch Gemeinde lebt, ey 2163% Die sind nicht Viel folgt dem Rider, herzlich willkommen 50 Und nochmal 50 350 Subs Alter Schwede Ich geb's auf mit Chill ein, Holm Ich hab's auch aufgegeben bei dem Exit 1, hi Flash 2k, hello Gandalf, hi Leute, sorry, aber Fuck, der kann heute nicht mehr gehen Der Heldi, der kann heute nicht mehr Das war's, wir wollten das nicht, das ist irgendwie ausgeartet Er ist einfach so gekommen, ne Was sag ich meiner Frau Gar nix Die kommen wohl abends hat, Schatz Wollen wir Liebe machen? Nee Nix mehr Ich sag ich schlafe, tschüss Oh Mann, ey Der ist doch kaputt, ey Hat sie Liebe machen? Nee, ich kann nicht mehr, tot RIP Alter, also Wenn ihr jetzt irgendwie ein Hayrider auf Heckel rumlaufen seht, der einfach nur noch stumpf rumrennt Nehmt mir das jetzt nicht übel Doch Wir haben's ja so gerollt Subscribe